Ich bin auf dem Gipfel von Mount Everest gestanden, bin 484 Tage zum Südpol gegangen, 105 Tage hat es gebraucht, um an Nordpol zu kommen. Es waren Grenzerfahrungen, die ich auch im Tod in die Augen schauen musste und die Erfahrungen möchte ich jetzt eigentlich gerne weitergeben. Eveline Binsack. Höhlen fliegen und abstürzen. Im Fenster zum Sonntag.